Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Die deutschen Promis trauern um Sascha Henn. Als Reporter hatte er bereits alle möglichen Stars interviewt. Als Journalist war er unter anderem beim NDA tätig. Durch seinen Beruf konnte er sich in der Promi-Welt eine Menge Freunde machen. Darunter auch der Moderator Hinnerk Baumgarten, 55, und Influencer Julian Stöckel, 35. Umso trauriger nun die Neuigkeiten, Sascha ist bei einem Autounfall verstorben. Wie unter anderem Bild berichtete, ereignete sich auf der A7 auf der Höhe von Hamburg der Unfall, bei dem Sascha ums Leben kam. Laut Polizeieinformationen soll er mit seinem PKW auf der Autobahn unterwegs gewesen sein und geriet dabei in einen Sattelzug. Wie genau es dazu kam, scheint bisher noch unklar zu sein. Er erlag seine W. Hey guys, this is Gansham. Dann subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.